Weiß ich nicht, das kann man so sehen oder so sehen. Ich denke, er hat eine gute Saison gespielt. Er ist für mich auch, muss ich ehrlich sagen, einer der besten deutschen Stürmer. Die Fehler habe ich aber auch mal gemacht, dass es nach hinten losgeht, wenn man zu viel redet. Ich weiß nicht, ob es das der Grund war, keine Ahnung, aber manchmal ist weniger mehr und das habe ich auch gelernt. Und er ist noch jung, das kann er auch lernen und die nächste WM wird dann, denke ich, dabei sein. Es war schon auch eine Überraschung auf jeden Fall, weil ich habe 100% gedacht, dass er mitfährt.